2011 war für RWE ein wegweisendes Jahr. Der Atomausstieg in Deutschland wurde beschlossen. Aus sprudelnden Gewinnen wurden mit der Zeit rote Zahlen. Auch die Ergebnisse für 2016 weisen ein dickes Minus aus. 5,7 Milliarden Euro beträgt der Verlust. Verantwortlich dafür ist der kostspielige Ausstieg. Außerdem entwickeln sich die Geschäfte in den deutschen Kraftwerken schlechter als erwartet.